Ja, krieg doch mal los ins Kino. Ich weiß noch, als wir beim Kumpel Marcel waren, wir haben jetzt zwei Flaschen Apfelkuh getrunken, dann gingen wir auf dem Zimmer und dann wurde es schlimmer. Denn er sagte, es ist kein Apfelkorn mehr da, nur noch dieses braune Zeug. Er sagte, man sollte dieses braune Zeug mit Multimitamin-Sach probieren. Doch ich wollte Kuh trinken und das war ein großer Fehler. Ich trank ein Glas, ich trank zwei Gläser, ich trank drei Gläser. Oh mein Gott. Hey Sven, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Hey Sven, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Du lässt fast über andere, aber guck dich selber mal an. Sie haben viel zu viel von diesem braunen Zeug getrunken. Ich habe mich dann lieber gegeben. Danach brachte mich Marcells Mutter dann ins Bett. Am nächsten Tag habe ich meinen Kumpel Marcel gefragt, was war eigentlich los? Der wusste auch nicht mehr genau. Tja, seine Birne war nun auch nicht mehr die Hälte nach dem Sof. Bei dem habe ich mir geschworen, es trinkt ihr nie wieder so ein braunes Zeug. Hey Sven, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Hey Sven, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Du lässt erst über andere, aber guck dich selber mal an. An. Tja, was haben wir da ausgelernt? Wie wieder? Das ist braune Zeug. Obwohl man kann ja mal vielleicht ein Sekt. Nein, nein, oder Wein, oder ein Tier, oder ein Babalu, oder ein bisschen Cola, oder vielleicht ein Kühlchen, oder ein Schnaps, oder da ist ein braunes Zeug. Hör auf! Hey Sven, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Hey Sven, was tust du da? Was tust du da? Hey Sven, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Du lässt erst über andere, aber guck dich selber mal an. Man, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Hey Marcel, komm, Prost! Okay, Prost! Prost! Prost, Prost, Prost! Prost! Auch die Gemütlichkeit! Genau! Prost! Prost! Ja! Oh, man! Ja, oh, mein, bin ich voll. Noch einen Schuh! Hey Sven, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Hey Sven, was tust du da? Was tust du da? Hey Sven, was tust du da? Trink nicht noch einen Raunen. Du lässt das über andere, aber guck dich selber mal an. Oh oh. Hey. Marcel? Was, n? Ich hab vor ihm raunen Scheuge trug. Oh, oh, oh. Oh, Mann, Alter. Ey, ihr seid weg mit dem. Das ist ein Traufer. Ich rate euch, ich kriege nie so viel. Dies ist eine Botschaft. Trinkt nicht so viel Alkohol. Ja, nein, das könnt ihr euch nicht mehr. Tja. Real Brau. Ja, was ist Real Brau?